Rapunzel, ein Märchen aus alter Zeit Es war einmal, vor langer Zeit, in einem weit entfernten Königreich, ein Ehepaar, das schon viele Jahre darauf wartete, ein Kind zu haben. Schließlich, nach langem Warten und Beten, wurde ihre Bitte erhört, und die Frau wurde schwanger. Das Paar war überglücklich, aber es gab ein Problem, direkt neben ihrem Haus befand sich ein großer, wunderschöner Garten, der von einer bösen Hexe bewacht wurde. Die Frau hatte ein schreckliches Verlangen nach den Blättern eines Gemüses, das in diesem Garten wuchs, und so flehte sie ihren Mann an, es für sie zu stehlen. Der Mann, der seine Frau nicht unglücklich sehen konnte, stieg in den Garten der Hexe, um das Gemüse zu stehlen. Aber als er den Garten betrat, wurde er von der Hexe erwischt. Sie war wütend und verfluchte ihn. Als Strafe dafür, dass er ihr Gemüse gestohlen hatte, verlangte die Hexe das Baby, das die Frau erwartete. Das Paar war verzweifelt, aber sie hatten keine Wahl, als ihr neugeborenes Mädchen an die Hexe zu übergeben. Die Hexe nannte das Mädchen Rapunzel und brachte sie in einen abgelegenen Turm mitten im Wald. Der Turm hatte keine Treppe und kein Tor, nur ein einziges Fenster ganz oben. Rapunzel wuchs im Turm auf, ohne je die Außenwelt zu sehen. Sie hatte langes, seidiges Haar, das bis zum Boden reichte. Die Hexe besuchte Rapunzel nur selten und rief jedes Mal, wenn sie kam, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel ließ ihr langes Haar aus dem Fenster hängen, und die Hexe kletterte daran hinauf. Die Jahre vergingen, und Rapunzel wurde zu einer wunderschönen jungen Frau. Eines Tages hörte ein junger Prinz, der auf der Jagd war, Rapunzel singen. Er folgte der Melodie und fand den abgelegenen Turm. Als er Rapunzel sah, war es um ihn geschehen. Er beschloss, sie zu retten. Der Prinz kehrte jeden Tag zum Turm zurück und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel erkannte seine Stimme und ließ ihr Haar hinab. Der Prinz kletterte hinauf und versprach, Rapunzel zu befreien und mit ihr zu fliehen. Eines Tages hatte Rapunzel den Mut, die Hexe zu fragen, warum ihre Kleider so viel enger seien als die des Prinzen, wenn er hinaufkam. Die Hexe durchschaute Rapunzels List und wurde wütend. Sie schnitt Rapunzels langes Haar ab und verbannte sie in die Wildnis. Rapunzel irrte allein im Wald umher und kämpfte ums Überleben. Schließlich traf sie auf den Prinzen, der nach ihr gesucht hatte. Sie erkannte ihn sofort und sie umarmten sich freudig. Gemeinsam kehrten sie zum Schloss des Prinzen zurück und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und so endet die Geschichte von Rapunzel, einer tapferen jungen Frau, die dank der Liebe eines Prinzen aus ihrem einsamen Turm gerettet wurde.